So wärmt man Pizza richtig auf. Kalte Pizzastücke vom Vorabend können aufgewärmt super schmecken. Vorausgesetzt man macht es richtig. Es gibt zahlreiche verschiedene Methoden, Pizza aufzuwärmen. Im Toaster, in der Mikrowelle, im Backofen und in der Pfanne. Der Toaster und die Mikrowelle schneiden dabei sehr schlecht ab. Danach ist das Stück angebrannt und steinhart. Auch im Backofen kann die Pizza schnell anbrennen. Die beste Aufwärmmethode ist die Pfanne. Sie ist einfach und effektiv. Man gibt die Pizza ohne Öl oder Butter in eine Pfanne und erwärmt sie auf mittlerer Stufe ein paar Minuten. Eine Alufolie über der Pfanne fördert das gleichmäßige Erhitzen. So schmeckt die Pizza vom Vortag wieder wie frisch zubereitet.